Und auch schon vor den Krisen haben wir uns ja in der Eurozone in einer Situation befunden, wo wir es mit sehr, sehr heterogenen, also sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften zu tun haben, die sich wechselseitig stützen sollen, aber wo man ja sieht, dass das vielleicht in einer schönen Wetterphase funktioniert einigermaßen, aber in Krisenzeiten dann doch sehr kompliziert wird. 2012 hat ja der frühere EZB-Präsident Mario Draghi mal den Satz geprägt, whatever it takes to preserve the Euro, also der Euro muss ohne Zweifel auf Biegen und Brechen erhalten bleiben. Das ist jetzt zehn Jahre her. Was ist aus der Sicht des Finanzexperten das Ergebnis? Ja, sie versuchen es natürlich und sie machen alles dafür und sie haben natürlich auch, wir sehen ja, was sie an Geld gedruckt haben. Seit der Euro-Krise ist die Geldmenge, die gesamte Geldmenge um mehr als 20 Prozent gestiegen. Und das wird jetzt so dynamisch sehr wahrscheinlich weitergehen. In den USA übrigens auch. Was würdest du sagen, wie weit lässt sich eine Geldmenge denn überhaupt steigern in unserem Währungsraum? Also das ist natürlich eine Frage des Vertrauens. Also wenn die Umlaufgeschwindigkeit steigt und das passiert dann, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren, dann tauschen sie eben dieses nicht mehr knapp gebliebene Gut in knappe, knappere Güter, um ihre Kaufkraft zu sichern und tätigen halt ihre Einkäufe vorher. Und wenn sie alles ausgeben, dann steigt die Umlaufgeschwindigkeit und dann kommt es zu einer wahnsinnigen Inflation. Also es ist ja jetzt das, was wir jetzt erleben. Also eine Hyperinflation. Genau. Das, was wir jetzt erleben, ist ja eine aufgestaute Inflation, die es aber vorher ja schon in den Vermögensgütern gegeben hat. Also da kann man sowieso mal die Frage stellen, ob wir überhaupt richtig messen. Ob das Sinn ergibt, in etwas zu messen, was inflationär ausgedehnt wird. Was würdest du sagen, wie würde eine korrekte Messung aussehen? Also ich habe da mal einen Vergleich angestellt und habe mir den S&P 500, den Aktienindex der Vereinigten Staaten, habe den mal in Gold gemessen und in Dollar. Und das stellt man halt fest, natürlich dadurch, dass der Dollar bis ins Unendliche ausgedehnt wird, die Geldmenge. Der Dollar übrigens seit 2020 über 40 Prozent. Das ist Wahnsinn. Und in Gold gemessen. In Gold notiert er ungefähr 40 Prozent unter den Höchstständen 2000. Also man muss in etwas Konstantem messen. Kann ich mich als Unternehmer freuen, wenn ich seit 1999 meine Gewinne verdoppelt habe, aber die Geldmenge hat sich verdreifacht? Das ist ein Verwässerungseffekt, ohne jeden Zweifel. Und insofern wäre natürlich eine Messung in einem konstanten Gut sinnvoll. Das ist das, was man als Funktionsspaltung des Geldes betrachtet. Ludwig von Mises sah Geld nur als Tauschgut an, aber wir rechnen mit dem Geld. Wir halten es als Wertaufbewahrungsmittel. Das ist natürlich mittlerweile passé, aber auch rechnen wird schwieriger im inflationären Umfeld. Und früher, im Mittelalter habe ich schon anklingen lassen, gab es 600 Münsterritorien, Münzherren. Und wenn da einer den Edelmetallgehalt herabgesetzt hat, dann hat man eben in der schwachen Währung nur noch getauscht. Und in der harten hat man dann die Schulden valutiert. Das ist heute alles passé. Und dann ist es halt möglich, dass große Finanzhäuser auf Pump Vermögenswerte kaufen, sich dann natürlich real entschulden durch die Geldmengenerweiterung und halt profitieren dadurch, dass sie dann später wieder diese Vermögenswerte veräußern. Also im Grunde beruhen mächtige, große Geschäftsmodelle auf der Geldverschlechterung. Das ist leider ein Punkt. Und die Antwort habe ich ja schon gegeben, wie es besser gehen könnte. Durch Wettbewerb. Wettbewerb ist ein Instrument zur Entmachtung. Und das Gegenteil sehen wir eben beim Euro und bei dem Geldsystem allgemein der westlichen Welt. Das ist eben das Gegenteil von Wettbewerb. Und deswegen haben wir eine wahnsinnige Macht- und Kapitalakkumulation. Und das ist nicht gut.